Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ja vor einer Weile einen Versuch gestartet. Ich habe versucht mit verschiedenen Lebensmitteln, das heißt Gewürzen, Gemüse, Sorten, Säften und so weiter, eine Extensionssträhne einzutönen und das hat auch mit manchen geklappt, mit manchen hat es nicht geklappt. Ich verlinke euch das Video dazu gerne mal in die Videobeschreibung. Und viele von euch haben sich gefragt, wie sich das Ganze dann auswäscht. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Frage gewesen. Und weil das so viele von euch wissen wollten, gibt es dazu heute mal ein Auswaschvideo und ich werde euch dazu auch noch zeigen, wie sich der Holundersaft bzw. Schwarze Johannisbeersaft auf meinem Haar verhalten hat, also wie der sich ausgewaschen hat. Dazu legen wir dann auch gleich mal los. Ich muss ja eben meine Fotos raussuchen. Das mit dem Saft, also das Tönungsvideo dazu kann ich euch auch gerne mal verlinken. Das hat ja auf meinem Haar nicht ganz so gut geklappt. Also da gab es ja verschiedene Komplikationen. Das Problem ist, dass der ja sehr lange einwirken muss und auf so einer Extensionssträhne ist das ja kein Problem. Wie lässt man dann einfach über Nacht in so einem Bottich mit dem Saft liegen? Und auf dem eigenen Haar ist das ja ein kleines bisschen problematischer. Ich fange jetzt mal damit an, wie sich das Ganze auf meinem Haar verhalten hat. Aber ich sage euch, auf der Extensionssträhne ist es wesentlich interessanter. Denn auf meinem Haar wurde es ja ohnehin nicht sonderlich kräftig. So, das kann jetzt natürlich auch verschiedene Ursachen haben. Zum einen ist es halt, wie gesagt, schwierig, die so lange einwirken zu lassen. Ich bin mir auch sicher, dass es was mit dem Haarzustand zu tun hat. Bei den Extensions gut kann man jetzt sich nie ganz sicher sein, weil das Problem ist, die sind ja chemisch behandelt. So, meine Haare sind blondiert, also zwar auch irgendwie chemisch behandelt. Aber das ist halt einfach was anderes. Meine Haare sind halt wesentlich poröser. Und deshalb würde ich sagen, nehmen die so eine Art Farbe auch nicht sonderlich gut an, beziehungsweise die Farbe hält nicht lange. Also so sah das bei mir jetzt auf den Haaren aus. Und nach einer Haarwäsche sah das bereits so aus. Also es ist relativ schnell rausgefallen. Allerdings nur in den Längen und Spitzen, wo sie halt poröser sind als am Ansatz. Deswegen sage ich halt, ich vermute, dass es daran liegt, dass meine Haare halt relativ porös sind, dadurch, dass sie weiß blondiert sind. Mich würde ja interessieren, wie sich das Ganze verhält, wenn man jetzt zum Beispiel dunkelblondes Haar von Natur aus hat oder braun oder so, jedenfalls da nicht viel mitgemacht hat. Das Blöde ist, das kann ich ja nicht testen, weil ich es nicht habe. So, das Einzige, was ich noch machen kann, ist Extensionsstreben nehmen, aber die sind halt auch nicht naturbelassen. So, und ist halt schwierig für mich, dann naturbelassenes Haar aufzutreiben, wisst ihr. Deswegen wäre das halt auch nochmal interessant zu wissen. Jedenfalls, so wie sie jetzt hier auf dem letzten Foto waren, blieben sie eine ganze Zeit lang. Also es war locker zwei, drei Haarwäschen, dann wurden meine Längen und Spitzen wieder so wie vorher. Also die waren ja, da war ja alles irgendwie mit drin. Also da schimmerte ja alles. Die waren quasi, kann man sagen, neutral silbern, aber dann je nach Lichteinfall auch mal grünlich, bläulich, lila. Also da war ja alles mit bei. Und meine Ansätze, die hatten ja noch so diesen Pink-Touch und da hat es länger gehalten. Da hat es locker zwei, drei, vier Haarwäschen gehalten, bis es dann so langsam verblasste. Wäre für mich jetzt auch ein bisschen zu viel Aufwand für, ja, das Ergebnis. Ich denke mal, das ist halt auch einfach nicht so gut für blondierte Haare geeignet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dasselbe ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal Henna als Vergleich nimmt, dann sollte man das ja auch eigentlich eher für naturbelassene Haare nehmen und nicht für blondierte Haare. Aber da könnten die lustigsten Dinge bei rauskommen und das ist natürlich jetzt ähnlich. Bei den Extensionssträhnen, ich fange jetzt mal mit diesen Pink-Varianten an, die ich jetzt auch auf meinem Haar hatte und danach die anderen, wurde das ja auch wesentlich kräftiger. Also da sah es ja so aus. Das war ganz, ganz schön. Das waren die beiden kräftigen Links. Das waren ja schwarze Johannisbeersaft, Holunder und auf der rechten Seite, das war ja rote Beete. Hat ja so bedingt funktioniert. Dann eine Haarwäsche später. Man sieht, es hat ganz gut gehalten, hat sich nicht wirklich viel verändert. Noch eine Haarwäsche später, wurde es ein kleines bisschen blasser. Die rote Beete hat da nicht so ganz gut gehalten, die beiden anderen Varianten schon. Also rote Beete war ja ohnehin nicht sonderlich kräftig und hier sieht man jetzt auch schon so gut wie gar nichts mehr. Also können wir uns weiter auf schwarze Johannisbeere und Holunder konzentrieren. Schwarze Johannisbeere, das war links oben und darunter, das war Holunder. Und obwohl die Farben getönt, ja eigentlich so ziemlich gleich aussehen, haben die sich schon ein kleines bisschen unterschiedlich ausgewaschen. Das kann man jetzt hier so langsam erkennen. Die obere Farbe, schwarze Johannisbeere, wird so ein kleines bisschen bläulich-violettstichiger, aber ganz, ganz minimal. Während Holunder, würde ich jetzt hier sagen, eher so ein kleines bisschen rötlich wird. Also die waren ja beide frisch getönt, so pink mit einem leichten Rotstich, ganz leichten Violettstich. Und bei schwarze Johannisbeere geht das eher so ein bisschen über lila, würde ich sagen, lila-blau. Und bei Holunder eben so ein bisschen mehr über rot. Bei der nächsten Haarwäsche kann man das ganz gut erkennen. Also da ist bei der oberen Strähne wirklich so ein leichter, ganz, ganz leichter Blaustich zu erkennen. Und bei der unteren halt eben, ja, so ein leichter rötlicher Stich. Ich muss das Bild jetzt mal so ein bisschen auffällen, damit man das besser sieht. Die Farbe ist aber noch relativ kräftig, was man auch bei der nächsten Strähne ganz gut sehen kann. Und hier werden die Farbunterschiede jetzt richtig deutlich. Also bei der oberen Strähne, das ist wirklich faszinierend. Die Farbe lässt sich gar nicht richtig definieren. Da ist irgendwie alles drin. Also die sieht jetzt hier so ein bisschen gräulich aus, aber auch ein bisschen bläulich, ein bisschen violett. Aber so ein bisschen pink-rot ist auch noch dabei. Das ist ganz interessant. Und Holunda sieht jetzt hier eher aus wie so eine natürlichere Rotvariante. Also so ein bisschen wie ein bräunliches Rot. Das ist ganz faszinierend. Die Farbunterschiede waren dann auch recht minimal. Also dann auch bei der nächsten Haarwäsche. Ich kann euch das hier jetzt gerade mal zeigen. Ich hoffe, dass man das gut sieht. Man sieht es wirklich nur ganz minimal. Der obere Teil der Strähne, der ist so, ja wirklich leicht bläulich-gräulich. Also der wäscht sich relativ neutral werdend aus. Also sehr natürlich, hätte ich jetzt eher nicht gedacht. Und beim unteren Teil hier, das sieht jetzt aus wie so eine dunkelblond Variante. Also hier oben, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Aschblond. Und das untere sieht eher aus wie ein, ich würde schon sagen, fast leicht goldiger Blondton. Also das ist unheimlich interessant. Ich hätte jetzt gedacht, die werden einfach immer heller werden, pink oder rötlich. Und dann war es das. Aber nein, die wurden, also der obere wurde grau. Und der untere, ja gut, der blieb ja schon irgendwie pink-rötlich. Und dann wurde er etwas natürlicher. Aber hätte ich nicht mit gerechnet, ganz ehrlich. Dann hatte ich ja noch eine Strähne. Da habe ich hauptsächlich Gewürz verwendet. Unter anderem, die jetzt hier sehr rausgestochen haben, war ja Kurkuma und Curry. Und dann hatten wir noch eine schwarze Tee-Variante, die ja auch so, ja relativ natürlich, ja, kupfernblond wurde, kann man sagen. Und ja, das sah nach einer Haarwäsche so aus. Also man sollte sich jetzt von dem Rest da oben nicht ablenken lassen. Es geht nur um den unteren Teil. Das heißt, dieser Gelbton, das ist Kurkuma, direkt daneben Curry. Die sehen sich relativ ähnlich, deswegen also beide gelb. Und dann ganz unten rechts dieses, ja, kupferne Blond, das ist eben schwarzer Tee gewesen. Noch eine Haarwäsche später, wurde es einfach nur ein kleines bisschen heller. Immer noch sehr kräftig, immer noch sichtbar. Ja, bei der nächsten Haarwäsche eigentlich auch genau dasselbe. Also ein kleines bisschen heller geworden. Schwarzer Tee sieht jetzt hier wirklich ziemlich kupfern aus. Das hätte ich nicht gedacht, vor allem, weil ich habe es bei mir selbst noch nie ausprobiert mit schwarzem Tee. Aber im Internet steht ja eher sowas wie, es soll einen Braunton ergeben, man soll braune Haare damit auffrischen können. Aber jetzt auf meiner Strähne hat sich eindeutig ergeben, dass es ein Dunkelblondton mit einem Kupferanteil ist. Also für mich ist das in keinem Fall irgendwie braun, obwohl ich den wirklich sehr, 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 sehr stark zubereitet habe. Ist auf jeden Fall ein interessanter Ton. Ich könnte mir vorstellen, dass man da gerade bei blondem Haar so einen Kupferstich ins Haar bekommen könnte. Ja, warum nicht? Noch eine Haarwäsche später sieht man jetzt bei Kurkuma und Curry, dass sie relativ hell geworden sind. Man sieht sie zwar immer noch gut, aber haben an Farbe gelassen. Die Leuchtkraft lässt aber eigentlich nicht nach. Sie werden einfach nur ein bisschen heller. Schwarzer Tee immer noch sehr gut zu sehen. Auch bei der nächsten Haarwäsche, ja, Kurkuma und Curry sind jetzt hier wieder ein Tacken heller geworden. Schwarzer Tee auch langsam, aber die Farbkraft ist immer noch vorhanden. Auch bei der nächsten Haarwäsche ist das der Fall. Also das hält wirklich sehr gut. Ich muss ja an dieser Stelle auch mal sagen, gelb ist bei Direktziehern ja immer schwierig. Also ich hatte ja auch schon des Öfteren mal gelb Varianten oder auch orange Varianten. Und gelb fällt immer richtig, richtig, richtig schnell raus. Also gerade dieses Bright Daffodil von Directions, das hat bei mir, als ich es mal pur aufgetragen habe, ich glaube ein Maximal zwei Haarwäschen gehalten, dann war da gar nichts mehr von zu sehen. Ich muss natürlich auch sagen, gelb ist eine relativ helle Farbe. Da war halt einfach relativ schnell nichts mehr von dem Haar zu sehen. Und hier, das hat jetzt so viele Haarwäschen gehalten, es lohnt sich auf jeden Fall eher, sich mit Kurkuma die Haare zu tönen. Erstens ist es gesünder für das Haar, es ist keine Chemikalien, gar nichts. Es ist billiger, als so eine Directions-Dose zu nehmen. Und es hält auch noch länger. Also es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht. Es sei denn, man hat jetzt vielleicht eine Kurkuma-Allergie, dann wäre das nicht so toll. Aber ansonsten gibt es ja wirklich nur Vorteile. So, jetzt zeige ich euch die Extensions-Strähne mal. So, Natura. Die ist auch schon mittlerweile so kaputt durch das ganze Waschen. Und aufgeladen. So, den Teil, der ist unwichtig, den packe ich mal gerade weg. Das Ganze sieht jetzt so aus. Also ich finde, so ein leichter Gelbstich ist hier immer noch zu sehen. Kurkuma, Curry. Wobei man auch sagen muss, dass die Strähne an sich schon gelblich ist. Man sieht es trotzdem immer noch ein bisschen. Und hier unten die schwarze T-Variante sieht jetzt aus wie so eine natürliche Blond-Variante. Also die werden einfach nur immer heller und entwickeln da jetzt keine Untertöne. Ich meine, was soll da auch groß rauskommen, wenn man mal ehrlich ist. Die werden ja jetzt nicht auf einmal blau, lila oder schwarz werden. Wäre ziemlich unwahrscheinlich. Hätte mich sehr überrascht. Nein, die werden einfach immer nur heller. Und haben auch wirklich verhältnismäßig lange und gut gehalten. Hätte ich nicht gedacht. Also ich trinke ja keinen schwarzen Tee. Aber zum Haaretönen könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ich finde den Ton sehr hübsch. Sehr natürlich vor allem auch. Kurkuma und Curry werden halt wirklich knallgelb. Wenn man das also bunt möchte, ist das eine gute Variante. Man könnte natürlich auch so ein bisschen verdünnen mit Spülung. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte einfach nur einen Goldstich im Haar haben. Und das ganz natürlich. Kann man auf jeden Fall machen. Ich fand es sehr interessant, wie sich die Farben ausgewischt haben. Gerade die Säfte waren sehr interessant. Demnächst wird es dann wahrscheinlich nochmal ein Video zu solchen natürlichen Varianten geben. Es gibt ja noch ganz viele Lebensmittel, von denen man sagt, dass sie färbende Eigenschaften haben. Und das kann ich gerne mal auf dem Haar testen. Wenn ihr auch dafür seid, dann schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Hoffe ich, die Ergebnisse waren zufriedenstellend. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.